Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich den Wärmetauscher bei einem wasserführenden Kaminofen richtig reinigen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei mir können wir super sehen, dass der Wärmetauscher vom Vorbesitzer wahrscheinlich noch nie gereinigt wurde und Ruß an diesem wirkt sich jetzt leider einfach wie eine Wärmedämmung aus und wir möchten natürlich unser Heizungswasser mit dem Kaminofen so effizient wie nur möglich erwärmen, weswegen diese Schicht natürlich auch regelmäßig entfernt werden muss. Je nach Benutzung vom Kaminofen sagt man übrigens, dass man circa ein bis zweimal im Winter beziehungsweise auch im Jahr diesen Wärmetauscher hier oben ordentlich reinigen sollte und das Ganze natürlich auch immer mal wieder optisch kontrollieren. Im Moment ist es bei uns draußen relativ kalt, mein Kamin ist aus, aber ich habe geschaut, dass der innen drin noch relativ warm ist. Das hat jetzt einfach den Effekt, dass wenn hier ein größerer Temperaturunterschied zu außen besteht, dass wir dann auch einen stärkeren Kaminzug bzw. Kamineffekt haben. Bedeutet einfach, wenn ich meinen Wärmetauscher gleich sauber mache, dann wird automatisch durch diesen Zug auch der meiste Dreck gleich nach außen gesaugt und gelangt jetzt einfach gar nicht in mein Wohnzimmer rein. Wenn wir vor dem Kamin natürlich trotzdem irgendwie noch einen Teppich liegen haben, dann sollten wir den auf jeden Fall mal wegräumen oder auch sicherheitshalber abdecken. Jetzt aber genug geredet. Um nicht wirklich dreckig zu werden, habe ich natürlich alte Klamotten an, mir Handschuhe angezogen und werde auch so eine Maske tragen. Und wenn wir das alles haben, dann können wir mal hier oben unsere Umlenkplatte entfernen. Die kann bei dir aber natürlich auch etwas weiter oben liegen und muss meistens mit zwei Klammern irgendwie geöffnet werden. Bei mir kann ich diese aber gleich einfach rausnehmen. Der Wärmetauscher ist frei zugänglich und jetzt kann ich mal mit einer speziellen Heizkesselbürste hier oben wirklich alles schön sauber machen und gehe natürlich auch in meine Zwischenräume rein und mit einfachen Hoch-Runter-Bewegungen sollte es dann auch relativ gut zum Lösen sein. Das Ganze mache ich jetzt aber erst einmal ohne die Kamera, dass ich einfach viel besser hinkomme. Ich habe jetzt doch erstmal die Unterseite vom Wärmetauscher sauber gemacht. Ich finde, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Es gelangt auch kaum Staube in mein Wohnzimmer rein. Und jetzt gehe ich aber mal mit der Bürse noch in die einzelnen Zwischenräume rein. Bei mir schaut es auf jeden Fall wieder sauber aus und ich denke auch anhand von unserer Asche hier unten können wir echt super erkennen, was da ordentlich Dreck rausgekommen ist. Und wenn wir jetzt unsere Umlenkplatte wieder eingesetzt haben, dann haben wir den Wärmetauscher vom Kaminofen auch schon wieder richtig gereinigt. Wenn du dir für zu Hause jetzt so eine passende Bürste, Handschuhe oder natürlich auch eine Schutzmaske zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.